Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen und ich habe gerade nachgeschaut. Die Funktion, Stops einzureichen, ist am 7.6. rausgekommen und ist einfach fast drei Monate her. In den drei Monaten ist keiner meiner Eingleichungen weder durchgekommen noch abgelehnt worden. Einfach gar nichts wurde damit gemacht. Und auch hier in München, also ich kann nicht nur ganz München reden, zumindest hier im Norden, absolut gar nichts. Weder aus der Gruppe noch irgendjemand was gesagt, noch hier irgendwo ein neuer Stop aufgetaucht. Einfach kompletter Stillstand. Ich glaube ich füge das direkt am Anfang hinzu, oder? Ich wüsste nicht, wo das keinem passt. Jetzt geht es los mit dem Video. Leute, was geht ab Leute? Wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich beim Go Pokémon Go zocken. Und zwar 24 Stunden lang. Ihr könnt gerne auf Facebook und Instagram vorbeischauen und das Ganze mitverfolgen. Und, falls ihr mich über den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr gerne liken, abonnieren und kommentieren. Und, wie gesagt, mir auf Social Media folgen. Auf jeden Fall werde ich sehr oft gefragt, wie sieht es mit deinen Eingleichungen aus? Sonst reichst du überhaupt noch flessig ein? Die Antwort ist momentan, nö, ich reiche nichts ein. Denn bisher ist weder was durchgekommen, noch wurde es abgelehnt, ist einfach komplett Stillstand. Dementsprechend reden wir heute ein wenig über das System, wie es aussieht, meine Meinung, meine Lage. Ja, wie gesagt, momentan geht halt gar nichts. Weder das durchkommt, noch dass es überhaupt abgelehnt wird. Weil, wenn es wenigstens abgelehnt wird. Weil, ich muss sagen, am Anfang, natürlich, man ist unerfahren, man weiß noch nicht genau was. Man interpretiert ein paar Sachen anders. Ich habe ein paar Sachen vollkommen falsch interpretiert. Und dann gibt es natürlich ein paar Gruppen. Auf Twitter kann man so OPR-Fails und sowas folgen. Und auf Telegram bin ich über so eine Gruppe gestoßen. Und ich habe da eine Menge gelernt, dazu gelernt, wie und was man eingleichen sollte. Wie man das auch beschriftet, beschreibt. Und auch dieser weiterführende Text für den Sachbearbeiter, sag ich mal, der sich das anschaut. Und da kannst du ihm halt Zusatzinformationen geben, was ich halt nicht direkt am Anfang wusste. Dementsprechend, ich würde sagen, von meinen ganzen Eingleichen ungefähr 20. So die letzten drei, wo ich sage, okay, mit dem bin ich wirklich, wirklich zufrieden. Die könnten auf jeden Fall, haben eine gute Chance durchzukommen. Der Rest, ein paar vielleicht an sich, überhaupt keine guten Kandidaten. So zwei, drei und der Rest ist, wo ich sagen würde, könnte man verbessern, Bild verbessern, Beschreibung verbessern, Titel verbessern. Und wie gesagt, das zum Erklären an den Sachbearbeiter, könnte man auch genauer machen, sodass er es vielleicht dann doch annimmt. Also all diese Informationen hatte ich am Anfang nicht. Und ich denke, ohne jetzt überheblich zu klingen, jetzt würde ich auf jeden Fall viel bessere Einreichungen machen. Aber wie gesagt, es kommt halt nichts durch und die Motivation ist gerade überhaupt nicht da. Weil halt Bewegung gleich Null ist, was Sachen und Stops angeht. Und dasselbe Feedback habe ich auch von euch bekommen, wo einfach Stillstand ist. Das Problem ist der Stillstand. Nicht, dass irgendwie zu viel abgelehnt wird oder alles grundsätzlich abgelehnt wird. Es ist einfach dieser Stillstand, dieser Frust. Man weiß jetzt nicht was los ist, man hat keinen Bock weitere einzureichen. Weil die, die man bisher eingereicht hat, die sind eh komplett im Stillstand. Deswegen ist es schon ein großes Problem. Kann man aber auch zum Teil verstehen. Weil es gibt meiner Meinung nach viele Level 40 Spieler in ganz Deutschland. Und die können jetzt alle einreichen. Und die können natürlich mehrere Sachen einreichen. Und das ist natürlich eine Menge Sachen, die jetzt reinkommen oder reinkamen. Zusätzlich kommt auch eine Menge Schmarrn rein. Und zwar wirklich eine Menge, Menge richtiger Schmarrn. Also so komplett unnötige Sachen. Nicht mal so Sachen, wo man denken könnte, okay, vielleicht kommt es durch. Sondern wirklich so, Wand jetzt, diese Wand in der Wohnung. Einfach nur Zeitverschwendung. Meiner Meinung nach, ja Level 40 ist halt viel zu niedrig gewesen. Das Limit, um irgendwas einreichen zu können. Das hätten sie viel höher machen sollen. Keine Ahnung, vielleicht 100 Millionen oder so. Weil viele werden mich jetzt angreifen und sagen, wieder voll arrogant oder so. Aber Level 40 ist halt nichts. Das erreicht man so schnell. 20 Millionen ist halt wirklich nichts. Und das sieht man auch an den Anrechnungen. Was für ein Schmarrn da durchkommt, weil jeder 0850 Spieler, der Level 40 ist. Ist halt einfach so. Tut mir leid. Und natürlich heißt es auch nicht automatisch, dass jeder, der Level 40 ist, die Kriterien kennt. Und da gute Stops einreicht. Also es kann auch ein 37er sich besser auskennen und bessere Sachen einreichen. Also Level 40 als Kriterium ist halt einfach voll schlecht. Voll dumm gemacht. Es gibt halt so viele Kritikpunkte. Zum Beispiel das mit den Zellen. Und dass bei Ingress manche Portale schon durchgekommen sind. Und die Pokémon Go Spieler wissen das halt nicht. Und ja, man kann es halt nachschauen und so. Aber wie gesagt, das habe ich am Anfang schon gesagt. Die wenigsten machen das. Die reichen einfach ein. Und man weiß nicht, was bereits eingereicht wurde von anderen Pokémon Go Spielern. Deswegen kommt immer wieder dasselbe rein. Was natürlich auch sehr nervend ist und Zeit kostet. Und dann gibt es halt noch diese kleine Spaltung zwischen den zwei Spielen. Am Ende des Tages sind es natürlich zwei unterschiedliche Spiele und zwei unterschiedliche und natürlich unterschiedliche Spiele. Verschiedene Interessen, verschiedene Aufgaben, verschiedene Aspekte im Spiel. Und man darf natürlich nie vergessen, die machen das alles freiwillig, das mit dem Bewerten. Oh, dazu möchte ich auch noch was sagen. Wie sage ich das am nettesten. Viele bilden sich, das geht natürlich jetzt nicht an alle Ingresspieler, aber viele bilden sich darauf was ein. Dass sie diese Macht haben, irgendwas einzureichen oder zu bewerten und das es durchkommen zu lassen. Zum Beispiel habe ich mal ein paar Ingresspieler gedisst in einem Stream. Und dann hat einer geschrieben, der Hong, du musst dankbar sein. Ohne die hättest du deinen Stopp nicht. Jein. Stimmt so ja. Stimmt so aber auch nicht. Sagen wir, Karl Heinz hat meinen Stopp durchkommen lassen. Ich weiß, das machen mehrere und man braucht mehrere Stimmen und sowas. Aber um es zu vereinfachen, sagen wir, Karl Heinz hat das durchkommen lassen. Karl Heinz macht das ganze freiwillig. Ja, das ist nett von ihm. Aber ich muss ihm nicht dankbar sein. Hätte Karl Heinz es nicht gemacht, hätte einfach Dieter das gemacht. Hätte Dieter es nicht gemacht, dann hätte Dagmarga es gemacht. Hätte Dagmarga es nicht gemacht, hätte Detlef es gemacht. Versteht ihr? Also viele Ingresspieler oder ein paar, ich will jetzt hier verallgemeinern, die bilden sich was drauf ein und fühlen sich so, als müsste man ihnen dankbar sein dafür, dass sie ihre Freizeit opfern. Ist zwar nett von euch und ganz cool, aber wenn ihr das nicht macht, macht das halt ein anderer. Und wenn der das nicht macht, dann macht das ein anderer. Und wenn der das nicht macht, dann muss er endlich sich irgendwas besseres einfallen lassen. Also schon eine coole Aktion von euch, aber ihr seid nicht Gottes geschenkt. Wir müssen nicht eure Füße küssen dafür, dass ihr ein paar Portale bewertet. Und wie gesagt, das geht jetzt nicht an alle, sondern nur an die, die sich darauf einbilden, Portale zu bewerten. Und dass man den Hintern küssen sollte dafür. Man hört zum Beispiel auch, dass irgendwelche Spieler, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Man hört das nur so, die Straßen munkeln. Komplett alle Pogo Einreichungen einfach blockieren und da gar nichts machen. Oder einfach grundsätzlich ablehnen. Weil Pogo, weil die können das unterscheiden. Und Pogo braucht halt noch dieses zweite Bild. Und wenn die direkt sehen, zweites Bild, legen die das sofort ab. Kann ich so nicht bestätigen. Erzähl ein paar so. Wie gesagt, eigentlich gibt es keinen Grund, dass irgendwelche Spieler Pokémon GO-Spieler hassen. Und das Spiel uns sozusagen vermurkseln wollen. Aber am Ende des Tages ist ja doch so, dass irgendwelche Eingleichungen immer noch konstant durchkommen. Und Pogo-Eingleichungen eigentlich bei den meisten einfach im Stillstand ist. Und das ist ja die Beta-Version. Also hoffentlich fällt mir endlich da noch irgendwas Besseres ein. Auf jeden Fall, zu meiner Situation, ja, ich habe viele Sachen eingeliecht. Wahrscheinlich auch viele schlechte. Und eigentlich erwarte ich, dass die meisten abgelehnt werden. Und durch die neuen Erfahrungen würde ich dann viel bessere Sachen einreichen. Aber dadurch, dass es momentan im Stillstand ist, reicht mir einfach gar nichts ein. Weil passiert einfach nichts. Also wenn, dann würde ich wahrscheinlich davor eher noch einen Ingo-Spieler nochmal hierher holen. Und dann da nochmal ein paar Sachen einreichen lassen. Und das kommt wahrscheinlich eher durch, als es da bei Pokémon GO irgendwas mal in die Gänge kommt. Abschließend Worte. Ich hoffe, das System verbessert sich noch. Aber, falls ihr was eingereicht, also erstens nicht auf Kim, so wie ich. Ihr könnt gerne noch weiter einreichen. Aber macht es wirklich sorgfältig. Reicht nur gute Sachen ein. Reicht nur Sachen ein, die... Am besten macht eure Hausaufgaben. Schaut nach. Wurde das schon eingereicht. In Ingoys ist es schon ein... Das ist schon ein Portal oder nicht. Zählentechnisch ist da noch Platz für den Stopp. Und so weiter und so fort. Gute Beschreibung. Gebt euch Mühe und weniger von dem ganzen Müll. Dann sind die Ingoys-Spieler auch nicht so sauer auf uns. Und Ingoys-Spieler. Chills machen wir Eier. Bildet euch nicht so viel drauf ein. Wie gesagt, das geht jetzt nicht an alle. Und lasst uns zusammen in Frieden leben. Es sind halt zwei verschiedene Spiele. Mit zwei verschiedenen Aspekten. Und in Pokemon Go wird halt Masse bevorzugt. Je mehr Stops, desto besser. Man kann eigentlich nie genug haben. Wie zum Beispiel die Zentren mit den ganzen gesponserten Stops. Also man kann echt nie genug haben. Checkt das Video ab. Zu den Stops, die jetzt leider entfernt wurden. Die ganzen gesponserten. Aber schreibt eure Erfahrungen und in den Tagen. Wie läuft es bei euch so? Wurde vieles abgelehnt? Ist es im Stillstand? Oder sind Sachen durchgekommen? All das und in den Tagen. Das war's von mir Leute. Wie immer liken, subscribe und kommentieren. Checkt die Annemies ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokemon is your business.